Hallo Freunde, ich begrüße euch bei Pallmann TV hier vom Dach der Firma Pallmann in Würzburg. Und das hat seinen guten Grund. Ich möchte euch ein Produkt vorstellen, das Größe und Weitblick verbindet. Zufällig findet eine Kundenveranstaltung zum Thema Pallix 98 Gold statt. Eine perfekte Gelegenheit bei echten Profis nachzufragen, was für krönende Eigenschaften unser Top-Produkt für sie darstellt. Wir sind gespannt. Bis zum nächsten Mal. Roland, das Füllvermögen von unserem Pallix 98 Gold in den Flächen, die wir jetzt hergestellt haben in den letzten zwei Tagen, haben wir dich 100% davon überzeugt? Ja, auf jeden Fall. Also man hat es gesehen, die kleinen Kratzer und alles, was wir reingemacht haben, vollkommen unsichtbar. Dann können wir also abschließend sagen, dass das deine Parkettlegerarbeit die Krönung aussetzt, wenn du jetzt in Zukunft mit dem Pallix 98 Gold den Parkett behandelst. Ja, auf jeden Fall. Also wir haben jetzt über die zwei Tage alle Lacken von Pallmann angewandt. Und wenn man es einmal olympisch-sportlich bewerten möchte, dann kann man sagen, bei Gold-Silber-Prosen-Medaille der Pallix 98 Gold hat mit Sicherheit die Goldmedaille verdient. Okay, Florian, in der Branche ist ja bekannt, das haben uns auch die Parkettleger bestätigt, dass wir nicht so gern mit 2K Material Arbeit wegen dem Anmischen, die Überproduktion, was übrig bleibt. Jetzt hast du ja zwei Tage mit dem Pallix 98 Gold gearbeitet. Vom Anmachen her, schilder kurz, was denkst du drüber? Total einfach zum Anmachen. Ich kann es auch über Messbecher einfach portionieren, wie ich das brauche. Hinter drauf ist die Anleitung, dass ich einfach die 20 Minuten warte. Total einfach zum Anrühren und draufgebe. Und leichter geht es eigentlich nicht mehr. Die Verlaufseigenschaften von Pallix 98, wenn wir dem ja die Krone aufgesetzt haben, trifft es deiner Meinung nach das zu, was wir da marketingtechnisch gemacht haben? Auf jeden Fall, weil er einfach einen einzigartig guten Verlauf hat. Ich kann auch mal nicht so sauber arbeiten. Er läuft trotzdem super hin, wie ich das brauche. Und ja, auch kleinere Fehler, die man mal macht, bügelt er problemlos aus. Kann man also sagen, für deine Parkett Schleifarbeiten grönt der Pallix 98 tatsächlich deine vorgelegte Fläche? Genau richtig. Also, super Produkt. Bis zum nächsten Mal.